Modelltest 4 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren vier Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, reisen entspannt, noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. Sieben Verwöhntage am Gardasee. Vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen Vier-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg am 3.10. und 4.12. Zwei Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvester-Gala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. Fünf Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48, Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren vier Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, Reisen entspannt, noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. Sieben Verwöhntage am Gardasee. Vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen Vier-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Am 3. und 4.12. Zwei Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvester-Gala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. Fünf Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48, Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Hotline der Zeitschrift Stern verbunden. Bei Fragen an die Redaktion wählen Sie bitte 37 03 42. Persönlich erreichbar sind wir unter der Nummer montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr. Oder schicken Sie Ihre Mail an leserdienst n-at-stern.de Möchten Sie den Stern abonnieren, schreiben Sie Ihre Bestellung bitte an Stern Kundenservice 20 080 Hamburg Jahresabonnement 174,20 Euro Für Studenten 127,40 Euro Für die Bestellung von Einzelheften senden Sie bitte eine Postkarte an den Stern Kundenservice 20 080 Hamburg Und geben Sie die gewünschte Heftnummer an. Jedes Heft kostet 3,40 Euro zuzüglich 1,79 Euro Versandkosten. Absender nicht vergessen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Hotline der Zeitschrift Stern verbunden. Bei Fragen an die Redaktion wählen Sie bitte 37 03 42. Persönlich erreichbar sind wir unter der Nummer montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr. Oder schicken Sie Ihre Mail an leserdienst n-at-stern.de Möchten Sie den Stern abonnieren, schreiben Sie Ihre Bestellung bitte an Stern Kundenservice 20 080 Hamburg Für die Bestellung von Einzelheften senden Sie bitte eine Postkarte an den Stern Kundenservice 2 0 080 Hamburg Und geben Sie die gewünschte Heftnummer an. Jedes Heft kostet 3,40 Euro zuzüglich 1,79 Euro Versandkosten. Absender nicht vergessen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Achtung, Achtung! Eine Durchsage für Reisende nach München. Der D-Zug 212 aus Berlin Richtung München über Nürnberg hat voraussichtlich 35 Minuten Verspätung. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat ca. 20 Minuten Aufenthalt. Geplante Weiterfahrt 17.25 Uhr Geschätzte Ankunftszeit München Hauptbahnhof 23.55 Uhr Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Eine Durchsage für Reisende nach München. Der D-Zug 212 aus Berlin Richtung München über Nürnberg hat voraussichtlich 35 Minuten Verspätung. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat ca. 20 Minuten Aufenthalt. Geplante Weiterfahrt 17.25 Uhr Geschätzte Ankunftszeit München Hauptbahnhof 23.55 Uhr Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio Und nun noch ein besonderer Tipp in unserem Wochenendmagazin für Kinder mit starken Nerven. Im Puppentheater Museum Berlin können Kinder mit der Taschenlampe in der Hand Pinocchio und seine Freunde entdecken und das Museum bis in den letzten Winkel erkunden. Weil manche Puppengesichter im Dunkeln aber ein wenig unheimlich aussehen, ist die Führung erst ab 8 Jahren empfohlen. Das Museum liegt in der Karl-Marx-Straße 135, Neukölln, U-Bahnhof Karl-Marx-Straße, Ausgang Neuköllner Oper. Eintritt für Kinder und Erwachsene 3 Euro. Anmeldung empfehlenswert unter 687 8132. Ich wiederhole. 687 8132. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun noch ein besonderer Tipp in unserem Wochenendmagazin für Kinder mit starken Nerven. Im Puppentheater Museum Berlin können Kinder mit der Taschenlampe in der Hand Pinocchio und seine Freunde entdecken und das Museum bis in den letzten Winkel erkunden. Weil manche Puppengesichter im Dunkeln aber ein wenig unheimlich aussehen, ist die Führung erst ab 8 Jahren empfohlen. Das Museum liegt in der Karl-Marx-Straße 135, Neukölln, U-Bahnhof Karl-Marx-Straße, Ausgang Neuköllner Oper. Eintritt für Kinder und Erwachsene 3 Euro. Anmeldung empfehlenswert unter 687 8132. Ich wiederhole. 687 8132. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Viola, ich bin's Paula. Ich wollte mich nur erkundigen, wie dein Vorstellungsgespräch heute gelaufen ist. Weil ich in den nächsten ein, zwei Stunden verschiedene Einkäufe erledigen muss, versuche ich es dann später nochmal. Oder wenn du möchtest, kannst du mich heute Abend nach 20 Uhr erreichen. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Viola, ich bin's Paula. Ich wollte mich nur erkundigen, wie dein Vorstellungsgespräch heute gelaufen ist. Weil ich in den nächsten ein, zwei Stunden verschiedene Einkäufe erledigen muss, versuche ich es dann später nochmal. Oder wenn du möchtest, kannst du mich heute Abend nach 20 Uhr erreichen. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Biooriental. Was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maybach-Ufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Sie hören jetzt den Text noch einmal. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Biooriental. Was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maybach-Ufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Steigt hier der Modular Schildkot. Sie hören Sie nicht aus, wie bei jeder Arbeit und Anrufe берet es mit einem K-12-Gerhaut. Sie hören Sie nicht aus, wie bei jeder Arbeit für einen K-12-Gerhaut ist. Sie hören Sie ein paar Minuten. Sie hören Sie etwa, welches ein Maaf mit eine K-12-8-Wert Teile ist. Sie hören Sie die Frage, dass sie abstraben. Sie nehmen an einer Führung in Swarovskis Kristallwelten teil. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Swarovskis Kristallwelten in Wattens nahe Innsbruck. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Zur Einleitung ein paar Worte zur Geschichte. Das Unternehmen Swarovski wurde im Jahr 1895 von Daniel Swarovski gegründet. Er erfand einen Apparat, mit dem man Schmucksteine von hoher Qualität mechanisch herstellen konnte. Seine Firma verlegte Swarovski nach Wattens, weil da der wasserreiche Wattenbach liegt. Denn ohne Wasserkraft lässt sich Kristall nicht bearbeiten. Außerdem ermöglichte es die Wasserkraftanlage, dass die Leute elektrisches Licht bekamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch Brillen produziert. Allerdings wurde diese Produktion Ende des zweiten Jahrtausends an eine französische Firma verkauft. Heute beschäftigt Swarovski weltweit 25.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. So können sie zum Beispiel jedes Jahr im Dezember in der Zürcher Bahnhofshalle einen Weihnachtsbaum bewundern, der mit 5000 Kristallen geschmückt ist. Inzwischen haben die Kinder und Enkelkinder von Daniel Swarovski das Unternehmen übernommen. Er stellt nicht nur Produkte für den Konsumenten her, sondern liefert auch Schmucksteine an andere Hersteller aus der Schmuck- und Modeindustrie. Was jetzt die Swarovski-Kristallwelten betrifft, so wurden sie im Jahr 1995 als Touristenattraktion eröffnet. Denn in diesem Jahr feierte die Firma ihr 100-jähriges Jubiläum. Bis heute haben uns mehr als 10 Millionen Menschen aus aller Welt besucht. Der österreichische Multimediakünstler André Heller hat hier 14 verschiedene unterirdische Räume entworfen, die alle dem Kristall gewidmet sind. Das Ergebnis ist ein Kosmos der Entdeckungen. Lassen Sie sich also überraschen und genießen Sie die vielfältigen Eindrücke, die auf Ihrem Rundgang auf Sie zukommen werden. Im Anschluss an Ihren Rundgang können Sie die Crystal Stage besuchen. Ein Einkaufszentrum, das alle Produkte von Swarovski in einem Raum vereint. Da finden Sie eine einzigartige Auswahl an Swarovski-Produkten. Die Preise sind in Euro ausgezeichnet. Sie können aber auch in Dollar oder Yen mit Kreditkarte oder Reisescheck bezahlen. Wir versenden auch gern Ihre Einkäufe per Post an Ihre Adresse. Lassen Sie sich von unserem mehrsprachigen Personal beraten. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass sich die Toiletten zur kostenlosen Benutzung im Empfangszelt befinden. Dort gibt es auch eine Hundestation, in der Ihr Hund auf Sie warten kann, da Hunde in den Kristallwelten nicht erlaubt sind. Da das Wetter ja heute ausgesprochen schön ist, können Sie anschließend mit Ihrem vierbeinigen Liebling einen Spaziergang im Park machen. Da warten außerdem auch noch zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Picknicken und Turm auf große und kleine Gäste. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir und treten Sie ein in die wunderbare Welt der Kristalle. Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Das ist eine Möglichkeit, 從 Gesetze, des Fassiergang nicht zu machen, bis die vierten Zeit und der Kastle. Dann müssen Sie 6 bis 20 Sekunden Zeitung beenden Sie eine Kastle. Ich weiß nur noch nicht, weil Sie sich die Kastle. dass Sie die Kastleel haben. Sie wissen, Sie kommen nicht nur bis 22. Sie bekommen die Kastleelung. Sie nehmen uns auch nicht nur die Kastleelung. Sie sitzen in einem Fast-Food-Restaurant und hören, wie sich drei Jugendliche über jemanden unterhalten, der vom Internet abhängig ist. Hallo Tom, hallo Sebastian, wie geht's? Hallo Julia. Hallo. Aber Sebastian, das ist doch die kleine Schwester von Erik. Ach ja, aber kleine Schwester würde ich jetzt nicht mehr sagen. Richtig. Aber ich habe jetzt keine Zeit für Blödsinn. Habt ihr einen Moment? Ja klar, setz dich. Mara, geh schon mal zu einem Tisch, ich komme gleich. Ist gut. Worum geht's denn? Erik ist internetabhängig, internetsüchtig. Und er braucht Hilfe. Wir, die Familie braucht Hilfe. Bist du sicher? Ich meine, okay, er hat echt immer lange vorm Computer gesessen und gespielt. Der hat kaum noch geschlafen und ist auch echt langweilig geworden. Er hat immer nur über die Online-Spiele geredet und über die nächste Piste und so. Und zum Fußball oder mit ins Kino ist er ja schon länger nicht mehr mitgekommen. Aber internetabhängig? Wir haben gedacht, das ist vielleicht nur so eine Phase. Wegen der Nele. Nele? Ja, seine Freundin. Ja, seine Freundin. Besser seine Ex-Freundin. Wir haben ihm gesagt, dass das allen passiert und schließlich ist Nele ja nicht das einzige Mädchen auf der Welt. Ja, und wir haben ihn auf Partys eingeladen und so. Aber er wollte nie. Das wusste ich ja alles gar nicht. Und meine Eltern auch nicht. Aber du hast gesagt, du brauchst unsere Hilfe. Ist Erik krank? Er war schon eine Woche nicht mehr in der Schule. Ja, er hat gesagt, er will nicht mehr zur Schule gehen. Da haben dann auch meine Eltern gesehen, dass Erik ärztliche Hilfe braucht und sind zu einer Beratung gegangen. Ja, und? Ein Arzt von der Beratungsstelle ist auch zu uns nach Hause gekommen. Er hat lange mit Erik geredet und jetzt macht Erik bei einem Therapieprogramm mit. Und er will auch wieder in die Schule gehen. Aber er braucht Freunde, hat der Arzt gesagt, mit denen er etwas gemeinsam machen kann. Sag mal, Tom, übermorgen ist doch die Grillparty im Fußballverein. Dann nehmen wir ihn mit? Ja, und dann kriegt er vielleicht auch wieder Lust auf Fußball. Das ist echt toll von euch. Danke. Und kein Wort zu Erik. Klar doch. Geht in Ordnung. Ja, ich gehe dann mal zu meiner Freundin. Tschüss. Und nochmal danke. Tschüss. Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Ein knapp. Lass uns in Ordnung. No, ist das. 最大的 Abbott ist die Die Tat. Einer. Die Tat ist. Die Tat. Die Tat. Tieren, die Tat. Der Tat. Sie das. Die Tat. Sie sank zu einem guten Katz. Die Tat. Die Tat. Das. Die Tat. Die Tat. Tieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo und willkommen zu unserer Sendung Aktuelle Themen. Heute geht es um die Mode in unserem Leben und wie wichtig sie ist. Und das ist ja immer ein aktuelles Thema. Im Studio begrüße ich Frau Siebert, eine Expertin in Sachen Mode, und ein junges Mädchen, Eva Martins. Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Frau Siebert, Sie haben einen, wie junge Leute sagen, coolen Beruf, Modeberaterin. Sie sind also für die Beratung der Kunden in Modegeschäften zuständig. Welche Aufgaben gehören noch zu diesem Beruf? Wissen Sie, solche Informationen sind für unsere jüngeren Zuhörer besonders interessant. Oh, noch eine ganze Menge. Zu meinen Aufgaben gehört, Produkte aufgrund der Bedürfnisse der Kundschaft vorzuschlagen, Auskunft zur Pflege der verschiedenen Materialien zu geben, aber auch organisatorisches, zum Beispiel Bestellungen erledigen. Ist Mode so wichtig, wie viele behaupten? Welche Rolle spielt sie für Jugendliche? Eva, wie denkst du darüber? Mode ist schon wichtig, aber nicht für alle. Ich ziehe mich an, wie es mir passt. Wenn jemandem mein Stil nicht gefällt, dann hat er Pech gehabt. Und ich bin nicht die Einzige in meiner Schule, die auf Mode pfeift. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich niemand wegen seiner Kleidung bei den anderen beliebt oder unbeliebt macht. Was zählt, ist der Gesamteindruck, wie man sich verhält und so. Ja sicher, niemand macht sich Freunde, nur weil er modisch gekleidet ist. Das würde ich auch nie behaupten. Ich glaube aber trotzdem, Kleider machen Leute. Denn das Aussehen spielt beim Gesamteindruck doch eine Rolle. Und Kleidung kann viel über eine Person aussagen. Mit der Mode zu gehen, das kann ganz schön teuer werden. Vor allem auch, weil die Mode sich ständig ändert. Um das mal in Zahlen auszudrücken, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland gibt ca. 900 Euro im Jahr für Kleidung aus. Tja, das ist ganz schön viel. Aber wie viele Leute kaufen nur das, was sie wirklich brauchen? Und das gilt für alle Güter, nicht nur für Kleidung. Ein gepflegtes Aussehen ist ja ein Bedürfnis des modernen Menschen. Allerdings darf man es nicht mit Modezwang verwechseln. Ich meine ja auch nicht, dass man jeder Moderichtung hinterherlaufen sollte. Modisches Aussehen geht auch ohne viel Geld. Wenn man ein oder zwei neue Kleidungsstücke und ein paar Accessoires kauft, kann man toll kombinieren und modisch aussehen. Hauptsache ist, man hat seinen eigenen persönlichen Stil. Ausgaben für Kleidung haben nichts mit einem gepflegten Aussehen oder mit dem persönlichen Stil zu tun. Die haben mit der Marke zu tun. Wenn man Markenklamotten kauft, gibt man eine Menge Geld aus, auch wenn man nur Einzelteile kauft. Man bezahlt halt den Markennamen mit. Kritik an teurer Markenkleidung ist nicht selten. Frau Siebert, stimmt es, dass man viel Geld für den Namen bezahlt? So einfach ist das nicht. Man wählt bestimmte Produkte, weil man sich davon gute Qualität verspricht. Und genau das ist der Punkt. Man sollte mehr auf die Qualität als auf den Namen achten. Das ist viel wichtiger und spielt eine nicht unbedeutende Rolle für die Gesundheit. Denn bestimmte Materialien, wie zum Beispiel Plastik oder Farben mit Giftstoffen, können Hautallergien auslösen. Ich und meine Freundinnen, wir kaufen alle keine teuren Sachen, aber krank ist noch keine geworden. Ich habe auch nicht gesagt, dass nur teure Kleidungsstücke gut sind. Und sicher haben nicht alle Menschen eine empfindliche Haut. Frau Siebert, können Sie unseren Zuhörern ein paar Tipps zum Thema Qualität von Kleidung geben? Also, Kleidung aus natürlichen Stoffen ist immer am besten. Damit meine ich Stoffe ganz ohne Chemie, zum Beispiel aus Baumwolle, Leinen, Wolle, Kaschmir. Die sind für jeden Hauttyp geeignet. Wer ganz sicher sein will, kann natürlich echte Bioprodukte kaufen. Aber da steigen die Preise wieder. Also dieser Bio-Wahn. Zuerst bei den Lebensmitteln, nun auch bei Kleidung? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Industrie denkt sich immer wieder was Neues aus, um Geld zu verdienen. Die junge Generation ist ganz schön kritisch. Das finde ich gut. Eva, ich hätte jetzt eine andere Frage. Unter Jugendlichen sieht man manchmal Leute mit einem ganz verrückten Outfit. Und nicht selten beobachtet man sogar ganze Klicken, in denen fast alle identisch aussehen, alle gleich gekleidet sind. Sowas kritisieren die Erwachsenen oft. Zu Recht? Die Erwachsenen, die verstehen doch gar nicht, worum es geht. Es ist toll, wenn man seine Freunde auch am Outfit erkennen kann. Meinen Sie, wir finden die Kleidung unserer Eltern okay? Monoton ist sie, konservativ und spießig. Und was meinen Sie dazu, Frau Siebert? Für junge Leute ist es besonders wichtig, sich von ihren Eltern abzugrenzen, sich total anders zu kleiden. Und auf sich aufmerksam machen, manchmal sogar provozieren, wollen sie auch. Das ist aber völlig normal und gehört zu diesem Lebensabschnitt. Und man darf nicht vergessen, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe deutlich erkennbar sein soll. Das haben Sie gut zusammengefasst. Hier ist aber unsere Zeit zu Ende. Frau Siebert, Eva, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo und willkommen zu unserer Sendung Aktuelle Themen. Heute geht es um die Mode in unserem Leben und wie wichtig sie ist. Und das ist ja immer ein aktuelles Thema. Im Studio begrüße ich Frau Siebert, eine Expertin in Sachen Mode, und ein junges Mädchen, Eva Martins. Hallo. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Frau Siebert, Sie haben einen, wie junge Leute sagen, coolen Beruf, Modeberaterin. Sie sind also für die Beratung der Kunden in Modegeschäften zuständig. Welche Aufgaben gehören noch zu diesem Beruf? Wissen Sie, solche Informationen sind für unsere jüngeren Zuhörer besonders interessant. Oh, noch eine ganze Menge. Zu meinen Aufgaben gehört, Produkte aufgrund der Bedürfnisse der Kundschaft vorzuschlagen, Auskunft zur Pflege der verschiedenen Materialien zu geben, aber auch organisatorisches, zum Beispiel Bestellungen erledigen. Ist Mode so wichtig, wie viele behaupten? Welche Rolle spielt sie für Jugendliche? Eva, wie denkst du darüber? Mode ist schon wichtig, aber nicht für alle. Ich ziehe mich an, wie es mir passt. Wenn jemandem mein Stil nicht gefällt, dann hat er Pech gehabt. Und ich bin nicht die Einzige in meiner Schule, die auf Mode pfeift. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich niemand wegen seiner Kleidung bei den anderen beliebt oder unbeliebt macht. Was zählt, ist der Gesamteindruck, wie man sich verhält und so. Ja sicher, niemand macht sich Freunde, nur weil er modisch gekleidet ist. Das würde ich auch nie behaupten. Mit der Mode zu gehen, das kann ganz schön teuer werden. Vor allem auch, weil die Mode sich ständig ändert. Um das mal in Zahlen auszudrücken, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland gibt ca. 900 Euro im Jahr für Kleidung aus. Tja, das ist ganz schön viel. Aber wie viele Leute kaufen nur das, was sie wirklich brauchen? Und das gilt für alle Güter, nicht nur für Kleidung. Ein gepflegtes Aussehen ist ja ein Bedürfnis des modernen Menschen. Allerdings darf man es nicht mit Modezwang verwechseln. Ich meine ja auch nicht, dass man jeder Moderichtung hinterherlaufen sollte. Modisches Aussehen geht auch ohne viel Geld. Wenn man ein oder zwei neue Kleidungsstücke und ein paar Accessoires kauft, kann man toll kombinieren und modisch aussehen. Hauptsache ist, man hat seinen eigenen persönlichen Stil. Ausgaben für Kleidung haben nichts mit einem gepflegten Aussehen oder mit dem persönlichen Stil zu tun. Die haben mit der Marke zu tun. Wenn man Markenklamotten kauft, gibt man eine Menge Geld aus, auch wenn man nur Einzelteile kauft. Man bezahlt halt den Markennamen mit. Kritik an teurer Markenkleidung ist nicht selten. Frau Siebert, stimmt es, dass man viel Geld für den Namen bezahlt? So einfach ist das nicht. Man wählt bestimmte Produkte, weil man sich davon gute Qualität verspricht. Und genau das ist der Punkt. Man sollte mehr auf die Qualität als auf den Namen achten. Das ist viel wichtiger und spielt eine nicht unbedeutende Rolle für die Gesundheit. Denn bestimmte Materialien, wie zum Beispiel Plastik oder Farben mit Giftstoffen, können Hautallergien auslösen. Ich und meine Freundinnen, wir kaufen alle keine teuren Sachen, aber krank ist noch keine geworden. Ich habe auch nicht gesagt, dass nur teure Kleidungsstücke gut sind. Und sicher haben nicht alle Menschen eine empfindliche Haut. Frau Siebert, können Sie unseren Zuhörern ein paar Tipps zum Thema Qualität von Kleidung geben? Also, Kleidung aus natürlichen Stoffen ist immer am besten. Damit meine ich Stoffe ganz ohne Chemie, zum Beispiel aus Baumwolle, Leinen, Wolle, Kaschmir. Die sind für jeden Hauttyp geeignet. Wer ganz sicher sein will, kann natürlich echte Bioprodukte kaufen. Aber da steigen die Preise wieder. Also, dieser Bio-Wahn. Zuerst bei den Lebensmitteln, nun auch bei Kleidung? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Industrie denkt sich immer wieder was Neues aus, um Geld zu verdienen. Die junge Generation ist ganz schön kritisch. Das finde ich gut. Eva, ich hätte jetzt eine andere Frage. Unter Jugendlichen sieht man manchmal Leute mit einem ganz verrückten Outfit. Und nicht selten beobachtet man sogar ganze Klicken, in denen fast alle identisch aussehen, alle gleich gekleidet sind. Sowas kritisieren die Erwachsenen oft. Zu Recht? Die Erwachsenen, die verstehen doch gar nicht, worum es geht. Es ist toll, wenn man seine Freunde auch am Outfit erkennen kann. Meinen Sie, wir finden die Kleidung unserer Eltern okay? Monoton ist sie, konservativ und spießig. Und was meinen Sie dazu, Frau Siebert? Für junge Leute ist es besonders wichtig, sich von ihren Eltern abzugrenzen, sich total anders zu kleiden. Und auf sich aufmerksam machen, manchmal sogar provozieren, wollen sie auch. Das ist aber völlig normal und gehört zu diesem Lebensabschnitt. Und man darf nicht vergessen, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe deutlich erkennbar sein soll. Das haben Sie gut zusammengefasst. Hier ist aber unsere Zeit zu Ende. Frau Siebert, Eva, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.